Willkommen hier zu einer kleinen Runde Battlefield 4, wir spielen hier, oh Gott, viel zu laut, viel zu laut, Moment, 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 erstmal kurz mal Soundgleich zu machen So, ok Warte, jetzt was Perfekter Anfang, ja wie gesagt, willkommen hier zu einer kleinen Runde Battlefield 4 Ich spiele Multiplayer, wahrscheinlich, ich sehe Team Desmatch Jetzt gerade läuft hier den Match, morgen der Mauer Und ich spiele als Pionier mit der Ace 52, weil ich die Waffe geil finde Scheiße, das genau in dem Moment umgefallen Äh, hätte ich noch ein bisschen länger aushalten können Was? Oh, der war noch gar nicht tot What the fuck, was war mit dem kaputt, ey? Oh Ah, richtig ins Gesicht, ey Aber keiner bemerkt den da hinten natürlich, ne, ist klar Noch jetzt ist er weg, sehr gut Sehr gut, sehr gut Oh Gott, Sniper Da habe ich gerade noch, habe ich gerade noch die Lampe leuchten gesehen Oder, das ist ja, keine Ahnung Ach, Scheiße Ja, erwartet hier kein Skill Gameplay von mir Ich bin jetzt in diesem Spiel nicht unbedingt der Beste, sagen wir es mal so Ich kann bloß von Glück reden, das geht schon zweimal hier gerätzt wurde Schlecht Oh, Alter Nein Ach, kämpft der mit der Usas, Alter Ja, richtiger Nube Äh, egal, den Kill habe ich hingekriegt, ich bin stolz auf mich Ja Das ist natürlich super, wie uns der Jimmy hinten in die Ecke reingedrängt wird Ach Aimen kann ich auch nicht Ja, Herrschaftszeiten Einfach mal reinrennen Ach, Scheiße Ey, da oben läuft einer, komm her Nein Alter, ich habe einfach drüber geschossen, ey Boah, was bin ich denn nun Da, frisst Granate Nein Wo kam der jetzt, Alter, habe ich ja gar nicht gesehen, ey Ja, wie gesagt, ich spiele es einfach mal eine Runde Battlefield 4 Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Tickets hier schon verbraucht sind Ich habe ja gerade gespielt, habe mir gedacht Ach, komm, warum nimmst du denn nicht mal eine Runde auf Einfach mal zu schauen Und zu schauen, wie sie so bei euch ankommen Wie gesagt, ich würde es ja kein reiner FIFA-Channel oder so werden Ich werde auf jeden Fall FIFA spielen Aber ich würde zwischendurch auch mal andere Spiele spielen Komm, den kriege ich, den kriege ich, ne, den kriege ich nicht Auch mal andere Spiele spielen Und deswegen probiere ich es einfach mal so ein bisschen aus Äh, so ein paar andere Spiele Und da mir Battlefield 4 an sich auch Recht viel Spaß macht Als du auch noch mit 1,2 Lücken spielst Was zur Hölle Alter Kann man mit der UCF oder was Wie gesagt, ich habe es immer noch mit 1,2 Lücken spielst Und ich sehr gerne spiele, habe ich mir gedacht Ja, warum nimmst du nicht mal eine Runde auf Warum nimmst du nicht mal eine Runde auf? Wenn du schon mal spielst Kannst du den Leuten noch mehr Scheiß-Videos bringen Alter Alter Fick dir alles in die Luft oder was? Also mal reinrotzen Boah, halte mir der RPG ins Gesicht, ey, es tut auch ein bisschen weh Apropos RPG ins Gesicht, der fällt mir auf, ich bin ja Pionier, oder? Wie du mir, so ich dir, bitch Natürlich treffe ich nichts, ist klar Man kann es ja mal versuchen Hallo Alter, habe ich nicht mal Hitmarker bekommen dadurch Ist ja krass, ey Ja, ich bin wieder gerätzt Aber ich muss ja weg Ich muss ja eindeutig weg Können wir uns ein bisschen ungesund werden Oh Gott Ja, ihr seht vielleicht, ich bin von der Mausführung her ein bisschen hektischer Als vielleicht andere Deswegen bin ich in dem Spiel ja auch so scheiße Und vielleicht kann ich mit ein bisschen Glück Die Leute, die hier stehen, dahinter laufen Natürlich kann ich das nicht, weil es alles schon wechseln, ist klar Oh, da unten steht einer Da kommt gleich da einer rein, ich bin mir sicher Hundertprozentig Ich wusste es, ich wusste es Alter Scheiße Ja, mit einer Autosniper auf die Entfernung dadurch Was er mit einer Ace hat dann relativ wenig Chancen Na komm, spawner Jawoll Boah, warum wollen wir eigentlich immer hier? Er ist der dümmste Spawn, denn es gibt auch immer Ich finde allgemein im Team das Match Ist die Map hier irgendwie Ja Boah, nicht so Also es gibt ein Team das Match bessere Maps Meiner Meinung nach Ich werde einfach mal eine Granate hin Ah, Gott Boah, treff ich mal wieder nix, Alter Scheiße Ja, vielleicht sollte ich mal kurz mit einer anderen Waffe kommen Ich habe jetzt auch schon in der längere Zeit keinen Battle for 4 mehr gespielt Weil das kam ja wie, wie ihr vielleicht mitbekommen habt Kam ja vor einiger Zeit, vor einiger Zeit GTA 5 raus Und ich habe das hoch und runter gespielt Ich habe keinen anderen Spieler als GTA 5 mehr gespielt Und deswegen Und es gibt einen leichten Unterschied zwischen GTA 5 Deathmatch Und Battle for 4 Deathmatch In Battle for 4 ist ein bisschen mehr los Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren Nein Ah, das hat natürlich scheiße immer geblendet, weil da kann man da nichts mehr machen Aber deswegen Muss ich erstmal wieder hier in das Spiel ein bisschen reinkommen Ich kann natürlich, wenn ihr wollt, auch mal GTA 5 Deathmatch machen, wenn ihr nichts dagegen habt Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt Wie ihr diese Idee finden würdet Ich werfe da immer wieder eine Granate rein Irgendwann muss ich ja mal einen treffen Ich stelle mich jetzt mal hier hin mit ein bisschen Glück Läuft da ja gleich einer vorbei Oh Gott, Granate, nein Alter, die sind hier überall Weck mich am Arsch Lass mich mal reinrotzen Oh, Hedgehammer Treffer Na, komm her Na, also, geht doch Alter, wo denn? Von wo denn? Ich sehe die nicht Ich habe gerade mal was gesehen Ich muss noch kurz was in meiner Ausrüstung ändern Ich sehe gerade, ich habe hier das falsch rum Ich würde nämlich immer gern Ich sehe die Munitionskiste auf 3 Quatsch, die Munitionskiste auf 4 Und C4 auf der Taste 3 haben Das habe ich mir so angewöhnt Ich weiß gerade nicht, worum es umgestellt war Aber das wollte ich mir kurz ändern Ich meine, an meinem Skill ändern, das ist nix Äh, an meinem nicht vorhandenen Weil scheiße, spiele ich so oder so Ich sollte dann vielleicht auch mal eine Munibox Da bekommt jemand Schaden durch meine Brandkanal Das heißt, da ist jemand Ach, da ist der, hallo Von hinten Ich sollte mir abgewöhnen, wenn ich mit dem MG4 spiele Ich habe mich mittlerweile angewöhnt, immer wenn ich einen Kill mache Nachladen Das sollte ich mir eventuell mit dem MG4 vielleicht mal abgewöhnen Und da hat man sonst 200 Schuss Das ist gerade einer vorbeigelaufen, oder? Der muss doch Ah, da noch irgendwo sein Alter Nein Da wollte ich gerade messern Boah, ich kann dieses Spiel gar nicht mehr, Alter Das kann doch niemand zeigen, dieses Video hier Das kannst du nicht hochladen Peinlich ist das Richtig peinlich, äh Da ist einer, da ist einer Das kann man jetzt schon kassieren Stiftet endlich mal, na komm, steckt dein Kopf raus Du wirst es doch auch Wer hat sagen will es nicht Ich würde so ein Kill haben aber ich hätte mir nicht hinlegen sollen als er bettelt mir bringt das relativ wenig das spieler überhaupt nicht mehr kann ja ich weiß dass die ganze zeit bloß im rumjammern wenn es mir scheißegal nervt mich halt gerade unsere team aber richtig hinten rein gedrängt also sind da viele hoch egal habe ich bekommen ein bisschen bisschen glück kommt ja her gelaufen ne kommt keiner her gelaufen dann halt nicht 3 jetzt wird jemand ist ein bisschen vorgerückt vor dem Hedgefakt der Welt wo ist der vor vorgehalten ich habe gar nichts mehr gesehen er hat eine scheiß Runde ohne Fiss es kann so niemanden zeigen Arzt hat Naja egal könnte über die Kommentare schreiben wie immer ab und zu so eine Battlefield Runde findet wenn ich hier nur mal so alle paar Tage meine hochlade und so ja schreibt mir die Kommentare was ihr da zu finden also die Runde weil es echt richtig scheiße normalerweise bisschen besser kann ich schon spielen ja nicht viel besser aber ein bisschen besser als es ja auf jeden Fall was habe ich so eine KD holische 10 zu 9 Alter oh yeah naja das war's mit einer kleinen Runde Battlefield 4 wie gesagt schreibt mir in die Kommentare wie ihr es fandet ich verabschiede mich bis zum nächsten Video und ich würde sagen machen wir Schluss für heute